3 am Morgen in 8.30 Uhr Zum Glück ist Freitag, denn dann ist der vielfach schizophren im Studio Fabian Unterregger mit all seinen Stimmen Ist dann lieb! Wir haben die Woche ja noch nicht ganz abgewaschen, etwas Fältes noch Italien Ist ja diese Woche massiv in den Schlagzeilen gewesen, der Ministerpräsident Silvio Berlusconi völlig am Ende Endlich findet der Polizsoziolog, den Ausdruck gefällt mir, Polizsoziolog Jean Ziegler Ich bin begeistert auch vom Ausdruck Mein Buch mit dem Titel Der Geldsack Berlusconi hat gewirkt Und das, obwohl ich das Buch noch gar nicht geschrieben habe Aber ihr müsst wissen, Herr Torjani, der Skandal geht weiter Alle paar Jahre wird ein Berlusconi Regieringschef in Italien Alle drei Monate wird ein Showgirl Ministerin Und alle drei Sekunden wird der Küdensack in Italien auf die Strasse gestellt Luft holen! Der Kavalier weg von der Politik, wie das eigentlich ist, das weiss der Altbundesrat Moritz Leuenberger Er kann Berlusconi sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen Ja... äh... nun... äh... im Plenia Strassenbau suchen wir... äh... 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 auch immer erfahrene Leute die sich mit Massenverkehr auskennen. Also konkret mit stark frequentierten Löchern. Wir machen besser die wissenschaftliche Analyse an dieser Stelle. Der Fernsehbiologe Andreas Moser weiss nämlich, wie das der Bär Lusconi den Winter verbringt. Der italienische Bär Lusconi zieht sich mit seinen Jungbärinnen in sein Winterquartier zurück, wo er bis zum Frühling die Ohren beischlauft. Dabei legt ihm die Weibli die Wunde, wo der kleine Schlingel sich in seinen vielen Kämpfen davorgetragen hat. Aber wir wissen ja, der Bär Lusconi, der ist ein absoluter Playboy. Der ist ein Geniesser, ein Cavaliere, der probiert sicher das ganze Neue. Ich probiere jetzt auch sicher das ganze, ich bin also zu verraten. Wir bitten drum, Peachweber. Ich habe irgendwann mal ein Lied in mir, oder ich möchte auch jetzt ein Singen. Son, fun and nothing to do, Only you, my Schatz, as my Luftwad. Nochmal. Son, fun and nothing to do, Bunga, Bunga, I love you. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und der Egger. Und hier haben wir imtitren.